So, es geht weiter mit Final Fantasy VII Crisis Core. Wir haben schon ein bisschen geschafft, am Dienstag und Mittwoch. Ich wollte schon längst anfangen, um 19 Uhr eigentlich im Dreh. Aber leider hatte ich ein bisschen zu viel Zeit, als ich 18 Uhr zu Hause angekommen bin und bin eben hier kurz eingeschlafen auf der Couch. Was nochmal eigentlich und warum folge ich dir? Frage über Frage, ich bin schon creepy, oh man. Das ist mein Dream, ey. Vielleicht war es ja gestern zu voll. Zack, ich bin in Discord noch nicht online. Musik ist laut, richtig und wichtig. Ich rede aber auch gerade noch leise, weil ich halt erster Mutter werden muss. Das war ein Joke. Okay, alles klar. Ich erzähle im Stream nicht über Relife Sachen. Das ist richtig. Danke für dein Follow. Follow würde ich schon sagen. Für den Follow auch, ja. Und danke für den Zap. Willkommen zu Hause. Have fun mit den Emotes. Das sind gute Emotes. Wenn man in den Games mag, wie Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, mit ein bisschen Smash. Ich weiß auch gar nicht, wer der das mit trotzdem modt. Puh, BBA, please. Wer ist das überhaupt hier? Dieser Joe Creek, Junge. Hm. Man kennt's. Wo bin ich hier überhaupt? Fragen, wir fragen. Erst mal eine Zeitmission machen. Giftwirbel. Fällt sich gut an. Hm. Ich glaube, heute ist es soweit. Wenn ich mich richtig entsinne, war Sephiroth dabei, sich in der Bücherei, in den Archiven schlau zu machen. Was es hier mit der Göttin auf sich hat. Was es mit Genova auf sich hat. Pill. Ja. So viel zum Thema chillen. Kannst auch im Stream abchillen. Braust aber auch nicht. Danke fürs kurze Einschalten. Ich wünsche dir noch einen spannenden Samstag. Nach Ostnüchtern. Ja, wo ist denn die zweite... Die zweite Truhe? Hallo? Da hinten. Mit dem Lurk für den Sport und so. Ja, danke, Ehre. Wir sehen uns dann. Beziehungsweise hören uns dann eher. Mein Blitz war's gebroken. Gut, ich habe einen Jesus gewartet. haben in notfalls kann ich im games auch lauter leiser machen damit das zu leise ist mit meiner stimme beim letzten mal ist es noch alles gut so 20 mal elixier aber level 4 ist noch ein bisschen zu crazy die turf musik die 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 Okay. Level 18 Was soll das? Oh, die spammen das einfach. Und wie bei dir? Hast du den Samstag gut überstanden? Irgendwas getrieben heute? Tegmakon dies erhalten mal 30 so Beispiel 4 Keine Truhen 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 Let's go und für marik hat es mal den wein gekauft mir egal ob ich gegen jeden wand fahre ein bisschen trinken für mario kart ja morgen abend denn warum noch immer 21 15 aber vielleicht fangen wir schon früher an was schon vorher was anderes der fucker you OHH! die uns verlaubleben halt ein besseres regina das hat der zucken, dass wir Odin einfach so bekommen einmal in die Hölle und zurück Level 5 aber Stop klingelt doch Activating Combat Vault Bring it on Conflict Resolved Magiezer Broken Ende ist der Truhe Da ist die Truhe Die Abilities hier In der letzten Ecke Activating Combat Vault Out of the way Got him Complete Resolved Later Oh yeah In der letzten Ecke Activating Combat Vault Da oben in der Ecke Oh, den hatten wir schon mal Ja Wow Hehehe Hehehe It's done That's Turk's Teamwork Pretty good, right? Pretty good, was war offscreen Aber pretty good Pretty good No I'm not sure It's done No Ariana We can go That's the least But the same The same of the event Topic Resolved Das war's für heute. Das ist neu. Is this the end? Oh man, 3300. Junge, Dieben. Pee. Belohnung ist gut genug, no? Will die PA-Abteilung mich für dumm verkaufen? Die Ausbeute war nichts als ein dämlicher Werbesprospekt. Ich will einen richtigen Schatz. Irgendwo in einer Unterwassergrotte soll ein Schatz von Chinras Personalabteilung versteckt liegen. Dort wimmelt es von üble Monstern, ist ja klar. Aber du schaffst das schon und schlepp mir diesmal ja kein Krempel an. Brechen. Wo Gritalis, Mann? Hm. Kleinschatz? Mein Schatz. Auch auf Schatzjagd gehen? Mann? Was liegen? Und dann allerdings nur noch nicht mit den Schatz-Because-ORTF raten. Oder nicht von der Quadrantulat. Oder nicht. 40,000 oder eine Kilometer. Diemmeter fortgreifen 선택ieren. Das ist einer. Und dann oben! Ihr Serv entwickelt von Whisperved für uns! Da hinterher. Ich habe nur andere Sachen gehabt. Händschüsse. Ein Hamlet ist trotzdem gut. Another one? Die Jax den Leuten nach, die gebannt werden müssen, wenn die Unsinn machen. Aber irgendwie kommen die bloß bei Smash-Streams komischerweise. Komplett Result! Cool, die Smash drolle. In den anderen Streams ja eigentlich so in anderen Games eher nicht hin. Oh yeah! Activating Combat Mode. Oh yeah! Komplett Resolved. Activating Combat Mode. Activating Combat Mode. Activating Combat Mode. Okay. Oh yeah! Activating combat mode. Das wir im Shinra Gebäude sind, ich glaube das war für die. Hm 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 hm. Natürlich verstecken wir das ganze am Anfang. Das war's für mich. Activating combat mode. Das war's für mich. 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 Was ist das denn? Wollen wir wieder damage sein? Ja. Rucken. Rucken. Hier waren... Wo waren wir denn? Hier? Hier. 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 Aber der tote Winkel. Hier. 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 Oh Ich bin ein bisschen leer Der wir go. Hier we go! Go, go, go! Du lebst! Kurz gedacht, dass der... der hätte sehen. Ich weiß nicht, warum es keine neuen Trainingsmission gibt. Ich weiß nicht, warum es keine neuen Trainingsmission gibt. Ich weiß nicht, warum es keine neuen Trainingsmission gibt. Und wird daraus kein Eisra. TP bloß 30%, daraus wird ein Eisra, das können wir machen. Und aus Dunkeleis und Eisra können wir... Dunkeleisra machen, alright. Oder auch nicht, I guess. Aber ich habe Eisra irgendwo. Hier we go. Wollt ihr boosten? Bewirkt auf der Materia-Fusion MP plus 10%. Hm. Interessant. Oh, wir können direkt einen Dunkeleisra machen. Mit alten Sternanhänger. Gleich mal ganz broken gehen. Tangier. Aus. Er... Wollt ihr... Wie? Wollt ihr das? Wollt ihr? Da geht es ein... Mit... Wollt ihr? Ichhú. Wie? Das ist... und satek zucken all right let's go Junge Geil Gartes Vitral? Na komm, lass mal versuchen. Gartes Vitral? Gartes Vitral? Gartes Vitral? Gartes Vitral? Jetzt schon Ice Guard zu haben, ist unfair. Feels good, man. Kein Ideal. 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 Das war's. Das war's. Das ist nur gut, wenn die Gegner stehen bleiben. Aber wenn sie's tun, dann... ...den Instant get wrecked. Das war's. 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 I love this summon Okay kurz. Activating Combat Mode. Oh yeah! Gift Klinge. Sure. Hm. 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 Ich krieg keine Upgrades für meine Abilities. Kämpfe gehen zu kurz, I guess. Okay. Activating Combat Mode. Okay. Dammit. Ich habe gerade fast den Glücks-Sets bekommen. Activating Combat Mode. Okay. 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 Das war's für heute. Oh, Level Up Mal sehen Eater Sterbe ich jetzt? Oh, Shit Dammit Tee Nice Das war knapp Und dann ice Dann Schuss Und dann wieder da hat man dafür kaum zeit des wechseln mal sehen wir brauchen sprung doch mal sehen wir Ich bin in combat mode. Bring out the big guns. Oh. Ich bin weg. Ich brauche halt irgendwie durch AMG ne Fehligkeit, womit ich den abziehen kann. Ich brauche das. Sehr nice Worm-up ist vorbei! Noch mehr Gruß! Noch mehr Gruß! Hö! Die ganze Zeit die Glückssterne bekomme Schon wieder! Wird aber schlechter! Das ist eigentlich gar nicht mal so bad das zu bekommen! Dann kann man ein paar Stats mitleveln, wenn man Glück hat denn es! Aka das was ich hier gerade tue! Hilft aber nicht so wirklich! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das ist doch nicht so... Können wir mal an mir an die Schlampe. Es ist dann noch mehr! Eine noch! Glücksspiel kann süchtig machen! Oh! Did he knock me?